So, Warnung vor grafischer Nacktheit und sexuellen Inhalten, also falls ihr nicht alt genug seid, schaltet bitte weg. Ach was soll's, ihr hört doch sowieso nicht auf mich. Herzlich willkommen zu einem niveauvollen Spiel und zwar spielen wir den Piss Simulator. Und das ist unser Hauptdarsteller. Pissing Simulator. Okay, ich hab die ersten drei Levels schon mal testweise gespielt und fand es doch sehr wert, das mal euch auch zu zeigen, falls ihr es noch nicht kennen solltet. Okay, aber ich hab schon wieder vergessen, wie man es steuert. Genau, wir müssen erstmal, das machen wir zu Hause natürlich auch, mit dem starken Strahl erstmal so stark an die Schüssel hauen, dass der Kloseckel nach oben klappt dadurch. Und dann können wir das eigentliche Geschäft ausüben. Das sind übrigens wir. Ja, traurig, aber wahr. Wir können das mal von oben sehen. Okay, so, ich brauch 100 Fill-It-Up und 150 Overflow-Punkte. Dummerweise ist die Schüssel zu klein. Denn wir sind Scheiß-Man. Scheiß- und Piss-Man in einem. Wir können also immer und zwar den ganzen Tag. Yeah, geschafft! Und die ganze Schüssel explodiert. Wunderbar. So, jetzt kommt schon die höhere Variante. Das Steh-Pissoir. Hey, nicht hier auf dem Boden! Pfui, Deiwe! In die Schüssel. Wir müssen ein bisschen die Kraft erhöhen. So, ich glaube jetzt. Genau. Okay! Ich weiß nicht, warum wir Kugeln hier rauspissen. Vielleicht sind wir am Nordpol. Man weiß es nicht. Okay. Yeah! Und wieder eine Schüssel voll. Okay, das habe ich auch noch gespielt. Das war jetzt besonders lecker. Denn jetzt kommt das große Geschäft an die Reihe. Wir müssen die kleine Wanne füllen. Wir müssen die mittlere füllen und dann die große. Kinder, übrigens, wenn euer Stuhl so aussieht wie dieser, solltet ihr dringend zum Arzt gehen. Okay, die haben wir. Ich weiß nicht, was der Kollege zu sich genommen hat hier, um so abfeuern zu können, aber Respekt, Respekt. Und schön, dass er auch mit seinen Titten wackelt, während er sein Geschäft ausübt. Das muss man auch erst mal schaffen. Ach, ist das hübsch. Beherrsch dich mal! Okay, Level geschafft! So, bis hier habe ich gespielt. Jetzt kommt irgendwie Golden Shower oder Money Shot. Ah, ich verstehe. Also, ich muss ihn auf uns, äh, machen lassen. Ich sag's mal so. So, und jetzt, äh, warte mal, was ging denn da noch? Ach so, und da brauche ich jetzt fünf Punkte. Okay. Hey, jawoll! Gib alles! Kit! Ja, ja, geschafft! Ja, geschafft! Er freut sich! Ich kann's verstehen. Er freut... What the shit? Wo sind wir hier? Red, blue und green. Okay. Das sieht aus wie so eine Strax-Bahn früher. Ha! Ah, die Größe! Ich muss die Größe ändern. Die sind viel zu groß. Ah, jetzt! Ja, dann gib mal alles. Ach, und hier die Farbvariante. Okay, ich verstehe. Er macht trotzdem immer wieder unterschiedliche Farben. Das ist ja ein Regenbogenpisser hier. Glaub ich, egal, äh, die Farbe, die unsere Ausscheidung haben. Gott, was rede ich hier? Hauptsache, wir machen mal auf diese Bahn. Ach so. Und das ist das mit dem Looping. Mmh! Ah, das ist ein bisschen zu groß. Jawohl! Verstopfung! Nein, zu groß. Ich muss klein. Ich muss ganz klein. Okay, machen wir mal wieder ein bisschen Riesendinger hier. Scheint punktemäßig zu helfen. Yes! Sieben! Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, aber egal. Was ist das? Love? 0 von 10? Liebe? Bin ich euer Ernst, oder? Ich will nicht wissen, was jetzt kommt. Äh. Na, ein bisschen. Ein bisschen mehr Power. Jawohl! Nein! Das ist es auch nicht. Das ist immer schön rauszufinden, was das Spiel von mir will. Ah, okay. Das gab schon mal einige Punkte. Ja, das sieht gut aus. Na, komm. Eben hatten wir doch schon 10. Yes! Ich verstehe es nicht. Okay. Oh Gott. Full Moon, wrong use. Okay, das Level machen wir noch. Hallo. Guckst du böse auf mich, weil ich die ganze Welt kaputt scheiße. Okay. Fire Force und Science. Na, war ein bisschen. Okay. Ist ja klar. Na gut. War ein bisschen. Okay. Diesmal schaffen wir die 200. Locker! Lecker! Komm, komm. 200, 200, 200. Ja, 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 ja! Checkport! Wrong use! Was bedeutet das? Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Yeah! Checkport! Weltmeister! Pissende, pissende Weltmeister hier. Ähm. Bad, Mad. Zed, Mad und Bad. Okay. Wir müssen den Traurigen, den Verrückten und den Bösen abwechselnd treffen. Das richtige Zielen ist die Kunst. Ich gebe es auf. Ich habe inzwischen eine Rosette. Groß wie ein Gugelhupf. Und diese blöden Clowns-Masken wollen einfach nicht. Okay. Das war der kongeniale Pissing Simulator. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habe die Ehre. Ah! 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 Ich werde begrabscht von Rentnern unter der Dusche. Um Gottes Willen. Ach, gucke mal. Haha. Das gefällt mir nicht. Komm. Verschwindet. Ihr versautes Volk. Wah! Oh mein Gott. Wah! Hilfe! 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 Keine Handschücher mehr! Keine Handschücher mehr! Oh Gott! Keine Handschücher mehr! Lauter lustene Rentner! Ich werde begrabscht von Rentnern unter der Dusche! Um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Keine Handschücher mehr! Keine Handschücher mehr! Global Ruth Willen!